hallo und herzlich willkommen ich begrüße dich zu meinem neuen mal video schön dass du da bist heute bemale ich die rückwand von einem kleinen rahmen und da oben das schwarze das siehst du das ist eine möglichkeit um das bild dann später aufzuhängen das bemale ich jetzt erstmal mit aber gleich kommt es weg ich blende dir im laufenden video die farben ein die ich verwende und das material das kannst du finden auf meiner homepage und den link findest du in der video beschreibung die materialien sind mit amazon verlinkt ich hoffe du kannst etwas mitnehmen und ich darf dich mit diesem video inspirieren auch den pinsel zu schwingen ich wünsche dir jetzt ganz viel freude beim video schauen und noch mehr beim selber malen solltest du fragen haben stellt sie gerne in die kommentare oder komm am sonntag um 19 uhr 30 in den livestream da bin ich sehr gerne für dich da jetzt wünsche ich dir viel spaß alles liebe deine anke und Amen. 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 Amen.